Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Fortnite Together. Wieder mit dabei ist der... Ja, ich nenne dich einfach Fighter. Was das andere ist, mein Kostin. Kostin Fighter, oder? Richtig gesagt. Kostin Fighter, ja. Kostin Fighter. Wir waren hier, oder? Nee, weiter. Wo waren wir? Ah, da unten. Hier. Und, sieht's gut aus? Ja! Wart kurz. Ach, du brauchst noch eine Strecke. Okay. So. Mehr kann ich grad nicht machen. Wir müssen gleichzeitig dahin. Warte, so. Okay, let's go. Ja, toll. Ich fahr schon runter. Warte. Ja. Oh, ich werd auf den... Nein. Nein. Wir sind jetzt völlig falsch. Hier ist der Mann, hier ist der Mann. Okay. Ich erledige ihn mit dem Revolver. Ich hab, ich hab ein paar Waffen. Ich hoffe, ich bin so behindert. Oh, es sind zwei. Ich hab auf alle Fälle eingehört. Ah, ich lieg schon wieder am Boden. Das gibt's ja nicht. Oh, man hat keinen Schwung jetzt. Okay. Yay! Oh. Shit. Falsche Richtung. Oh, ich bin down. Okay. Ich lieg ihn am Boden. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Oh, ich wurde von zwei Seiten beschossen. Oh, ich bin da. Der kommt ganz langsam her. Ich muss sagen, wenn einer kommt. Jetzt kommt einer. Er gibt mir Hedgehot. Er gibt mir einen. Was ist gerade los mit uns? Ich hab keinen, ey. Mann, warum? Okay, let's go. Ja. Am besten springe ich raus unten, wenn wir unten sind. Ja. Überlebe ich das? Äh. Ich brauch Hilfe. Du hast zehn mit Spitzer gekümmert. Ja, leider wird er wiederbelebt So, und jetzt 285 langfahren 285 Den Hügel hier Nein, rechts, rechts, rechts Ah, geradeaus Irgendwie, okay Ey, aber dann fallen wir runter Ja Wo genau willst du hin, bitteschön, ins Wasser Nein, nein Ich muss runterfallen Los Einfach schieben, einfach schieben Einfach so schön neben der Zone entlang Die stören uns hier Wir haben Auftrag zu erledigen Ah, wow Ich, wow Ich hab so gut wie keine Ich hab so gut wie keine Ich hab so gut wie keine Ach so, weil der unten abgebaut Nein Ach, das ist gut Ach, das ist gut Ach, das ist gut Hast du keine Ressourcen mehr? Ich kann nicht mehr bauen Ich kann nicht mehr bauen Unten wurde nichts weggeschossen Ah, das geht auch rückwärts, okay Ich genieße gerade die Aussicht Und, ich versuche mal kurz absteigen Absteigen So Ach, hast du da hinten auch Aufgebaut So 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 Boah So, Leute Wir haben jetzt hier Ein bisschen was gebaut Mal sehen, ob das funktioniert Und Ich würde sagen Jetzt go Oh Ich muss schauen, dass wir gerade bleiben Ja, toll Geht nicht Alles klar bei dir? Ja, wieso? Ich muss das aufziehen Ja, ich seh's noch Von meiner Perspektive her Sind wir oben? Sagen wir einfach, wenn wir oben sind Sonst fall ich dann runter Oh, herunter Ja, ja Ich Äh Stopp So Hopp Ganz, ganz, ein bisschen weiter Ja Ja Ja, gut Oh, ich bin jetzt Warst du weit So Yeayy Weiter, Leute, let's go Oh mein Gott Oh Uah Oh mein Gott 360 Yeayy Oder was auch immer Ja Wir müssen Ich weiss nicht, warum ich da oben nicht bauen konnte Ich glaube, das ist schon Maximum Ja, anscheinend Jetzt müssen wir in die Zone langsam fahren Oh, ich hab Schaden bekommen Schade Hey, wo ist er? Wo ist der Wagen? Ich weiss es nicht Gefloppen Ach nee, der ist da Der liegt da Okay Yeayy Siehst du, wichtig? Ich hab vorher schon angassiert Ich hab Ich hab Auch Ich komm hier nicht mehr weg Ich kann nicht aus dem Wagen raus Okay So, jetzt erledigen wir alle Aber brauchst du ein bisschen Bandagen Nee, nee, passt So, ich Wir sehen nur fürs Video Du schiebst mich und ich erledige alle Gute Leider hab ich keinen Pump Ich wurde gebaut, ein O Äh Sammel bisschen Holz Ich hab's Ich hab's Nein! Nein! Das geht nicht! Nein! Oh! Oh! Nein! Ich kann nichts mehr machen! Ich kann nichts mehr machen! Ha 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 ha! Was zum Geier! So, weit Ich geh rein! So, Hä? Schnell! Flucht vor der Zone! Ja, wart Ich schies sie ab! He 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 Ich hab nicht mehr. Da wär ein Pilz gewesen. Na gut. Ich halte mich hier einfach auf dem Wagen. Ja toll. Ich werd verrecken. Gib mal ein paar Dagen. Gib mal ein paar Dagen. Ich werd verrecken. Verrecken. Yay. Du müsstest eigentlich in den Wagen rein. Kommst du? Ja, ich werd nicht verrecken. Das geht nicht. Ich hab noch neun. Ich hab noch neun. Ich hab noch... Yay, jetzt ist wieder grün. Ich würde aber jetzt sagen, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und da tanzen die Leute hier. Bis zum nächsten Mal wird's wieder heißen. Let's play Fortnite together. Also macht's gut und tschüss.